hey ho schnuckis willkommen auf meinem kanal ihr wolltet es ich habe euch gefragt und ihr wolltet es und zwar meine body lotion sammlung leute ihr wusstet nicht worauf ihr euch einlasst ich im übrigen auch nicht als ich alle body lotions zusammen gekramt habe ich gedacht wie viel körper kannst du haben also ich habe schon viel körper aber okay leute wenn ihr sehen wollt was ich für body lotions habe und bleibt dran es geht direkt los leute es ist so schräg ich glaube ich könnte es euch gar nicht vorstellen pass auf ich habe zwei kategorien von body lotions und zwar die duftenden und die pflegenden was nicht heißt dass die duftenden nicht pflegen aber die pflegenden duften nicht so gut okay pass auf wir fangen an mit loxitan und zwar habe ich einmal hier die loxitan lotion hydrant 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 extra gentle lotion das ist diese hier wenn ich das alles finde dann verlinke ich euch das in der infobox das problem bei der ist tatsächlich das ist eigentlich ein fehlkauf weil die der geruch ist nicht so schön deshalb ist sie auch staubig ich finde den geruch tatsächlich nicht so schön und das glaube ich auch etwas was ich vielleicht jetzt im zuge dieses videos auch entsorgen werde denn da gibt es noch ein produkt das werde ich auch entsorgen weil ja weiß ich nicht ist eigentlich es ist einfach nichts tolles ich habe viele body lotions die sind deutlich deutlich schöner als die deshalb das hier ist so gleich die klatter wisst ihr kann gleich mal in eine tonne zack schau die loxitan berlin body lotion ist allerdings viel schöner die ist sehr sehr zitrisch duftend muss man echt sagen die sind wer die negeruch ist geil dieses das ist so frisch zitronig zitrisch und das ist so eine ganz ganz leichte lotion wirklich auch so eine flüssige könnte jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen aber das ist eine sehr leichte flüssige foundation ganz frisch und angenehm benutze im moment nicht so häufig ist irgendwie ihr seht auch fast alle vielleicht sollte ich sie einfach diesen sommer mal aufbrauchen mal gucken vielleicht nehme ich die mal mit in urlaub und macht ihr dann leer finde ich schön ja was auch ausziehen darf ist ole hendrickson beam cream smoothing body moisturizer ist auch die verpackung irgendwie hinüber gar nicht mehr auf weil ich irgendwie und die ist auch fast voll aber die die hatte von anfang an so ein geruch nach altem produkt irgendwie so und hat mich auch einfach nicht war teuer das ding ja aber von anfang an war ich nicht so jauh food enzyme und koffein aber dann hab ich die strobe body lotion von mag in so in so gold und dies wirklich gold leute also ganz ehrlich ja, das ist schon cool also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt und ich liebe diesen Geruch von der Stroke Cream schon immer, wobei er hier jetzt nicht so stark ist wie bei der echten ich muss ganz ehrlich sagen ich benutze das ziemlich selten also es ist nicht, dass ich das jeden Tag benutze aber ich es ist schön, es ist ganz schön und dann habe ich jetzt kommen die wirklich sehr stark duftenden und zwar habe ich hier einmal von Keys Soul Care das ist ja von Alicia Keys diese Marke die ist auch schon ein bisschen älter und die ist auch so gut wie alle und die riecht immer noch so geil und ich kann euch gar nicht sagen wonach das ist irgendwas ich finde es riecht so ein bisschen zimtig ich finde es riecht zimtig guck mal die mochte ich und das ist eine richtige Body Butter also es ist etwas, was ich jetzt im Winter denke diesen Winter werde ich die aufbrauchen und die ist auch immer noch schön die ist noch schön creamy die sieht nicht komisch aus oder irgendwas und riecht halt auch immer noch so mega geil ich glaube tatsächlich obwohl die sehr teuer war ich glaube ich würde die nachkaufen weil die war richtig, richtig, richtig schön wo ich mir nicht ganz so sicher bin ob ich das nochmal kaufen würde und wie oft ich das wirklich noch benutzen würde ist der Fenty die Fenty Butter Drop Warm Cinnamon Shimmering Whipped Oil Body Cream Cinnamon und das ist auch Programm ich schwöre Leute ihr könnt auch sehen da ist auch nicht viel von benutzt die habe ich mir letztes Jahr war das eine Limited Edition zu Weihnachten oh als zu Gott nee ich creme die jetzt nicht auf meinen Körper weil das ist jetzt nicht gerade mein Thema obwohl die lässt sich bestimmt geil warum habe ich das noch nicht benutzt zusammen mit der Joe Malone Ginger äh Brett Dinginstar äh Parfum Leute wisst ihr wie das riecht oh ne Scheiß ich würde am liebsten jetzt hier ehrlich das riecht so lecker nach Zimt ich mag ja voll gerne Zimt und die ist wirklich Zimt hoch 10 und die hat halt auch so einen leichten goldenen Schimmer drin ähm hätte für mich jetzt nicht unbedingt sein müssen ich brauche das nicht so zwingend und dann habe ich hier äh die Vanille Bombe sage ich euch ei 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 heute ist ein Roterschmeißtag Sun Bath äh à la Vanille das ist diese ihr kennt das ähm Vanilla West Indies äh Parfum und dazu ist das quasi die Body Lotion und wenn du das benutzt und das Vanilla West Indies zusammen äh ja alter dann bist du einfach so ein Vanille Haufen für den ganzen Tag und alle werden sagen huuuh hier riecht so lecker bist du das Jenny was ist das ja ist heftig richtig geil also ist auch ganz schön so ich benutze das eher sparsam weil es wirklich sehr intensiv vom Geruch ist aber nöt dann habe ich mir jüngst erst diese Schätzchen hier gekauft von Rituals und zwar Ritual of Sakura dieser Schaum und ähm also es ist kein Duschschaum sondern ein Body Lotion Schaum benutze ihn jetzt auch nicht weil ich möchte heute nicht danach riechen das riecht halt nach Sakura ne ähm und das ist schön schön so blümig und lecker und also ich mag das gerne aber dieser Schaum ist der Hammer ich hätte gerne diesen Schaum genau diese Konsistenz diese pflegenden Eigenschaften komplett bitte ohne Parfümierung der fühlt sich so der macht einen Glow Leute der Hammer der absolute Hammer und dann habe ich mir vor kurzem die hier geholt diese Rare Beauty die Find Comfort Hydrating Body Lotion und das war ganz witzig ich hatte die probiert bei Sephora und ich fand diesen Geruch so abgefahren geil die Verpackung ist aber nicht abgefahren geil ehrlich und die ist noch nicht leer aber irgendwie Menschenskinder also ich fand den Geruch so geil und dann habe ich irgendwo gelesen das riecht wie Baldafric oh jetzt es riecht wirklich so in die Richtung Baldafric muss man sagen jetzt kann ich meinen ganzen Arm damit einspielen weil zu viel rausgekommen ist äh schön ja das ist auf jeden Fall so Baldafric mäßig und äh ist eine schöne relativ leichte Lotion also nicht so eine ganz dicke sondern eher so eine leichtere aber schön gefällt mir gut äh müsst ihr nicht unbedingt haben aber es ist schön wenn ihr jetzt voll auf das Baldafric steht glaube ich ist es eine ganz gute Ergänzung würde ich mal sagen also es riecht schon gut riecht schon wirklich gut ähm dann habe ich jetzt noch zwei Sol de Janeiro hier stehen die Original Boom Boom Cream ne finde ich ja so widerlich ne habe ich ja schon immer gesagt total ekelhaft ähm aber ich habe hier einmal die 59 das ist ja die ganzen sind relativ neu und ich mag die also die riecht lecker schmecker und äh ich mag auch die Konsistenz davon macht eine schöne pflegende Wirkung äh finde ich richtig gut und das hier sind äh 75ml 75ml und dann habe ich die äh 68 in 240ml also damit ihr mal sehen könnt ganz ehrlich also man kann sich auch schon eine Weile hier mit eincremen muss ich sagen also das ist vor allen Dingen gut wenn man so viel Bodylotions hat wie ich dann braucht man eigentlich die 240 nicht und das hier ist ja die ähm 68 die hat ja so ein ähm geht ja so ganz bisschen leicht in die Richtung Baccarat ne finde ich ja auch das Bodyspray und äh die Kombination das dann das Bodyspray drauf und davon habe ich übrigens auch das Duschgel also duschen dann das dann das Bodyspray und dann zum Schluss Baccarat Rouge Alter äh euer Umfeld so was ist hier los das ist ja geil ich werde immer auf Baccarat angesprochen also egal wie verpönt das mittlerweile sein mag die Leute in meinem Umfeld sind immer so oh geil Jenny und es ist richtig schön es hat eine ganz tolle Konsistenz ähm die haben ja tatsächlich alle so ein bisschen unterschiedliche Konsistenzen aber ich finde die richtig toll ich finde leider diesen Pott ich bin nicht so ein Pott Fan weil es auch unpraktisch ist ich würde das vielleicht gerne mit in den Urlaub nehmen aber ganz ehrlich wenn du so ein Oschi mit in den Urlaub also ich nicht von daher ja wo wir bei Oschi sind switchen wir direkt zu den nur pflegenden und die nicht äh riechenden Lotions die sind nämlich auch wichtig finde ich wenn man ein Parfumliebhaber ist dann braucht man die und ich habe hier zum einen die äh Citapil Feuchtigkeitscreme guckt mal also die ist so einen Kaventsmann alle zu machen ne musst du auch mal können die ist fast leer was ist hier drin 500ml 1 Liter wie viel ist hier drin na 453 ähm super meine Tochter zum Beispiel die sagt immer äh nach dem Baden hat sie so trockene Hände so das Gefühl ne nach dem Baden dann nimmt sie die davon immer so ein bisschen und dann stopft sie ihre kleine Kinderhand da rein äh ist ein gutes Produkt also kann man überhaupt nicht sagen sehr gut schön pflegend riecht nicht benutze ich gerne aber ich habe tatsächlich noch andere Favoriten das ist jetzt tatsächlich ehrlich was jetzt kommt ist nur noch richtig hart Favorit ähm mal abgesehen von der Paula's Choice Daily Replenishing Body Cream ähm die ist gut die hatte ich zum Geburtstag konnte ich mir die mit aussuchen kriegt man ja öfter dann so so Coupons und so von Paula's Choice äh die finde ich gut so die würde ich aber nicht nachkaufen also es ist nicht so dass ich jetzt sage alter Schwede Bestes würde ich nachkaufen komme ich gleich zu einer die ich nachkaufen würde und zwar ist das die Skin Revealing Body Lotion 10% AHA die ist hier auch schon wieder fast leer und ich habe auch von der tatsächlich Backups die ist halt mit einem chemischen Peeling äh und gerade im Winter die benutze ich im Sommer eigentlich gar nicht aber im Winter benutze ich die äh liebend gerne vor allem an den Waden und so überall wo die Haut so karkatrocken ist so richtig ätzend trocken liebe ich diese Body Lotion schon so viele Jahre so oft nach nachgekauft einfach ein absoluter Traum hammermäßig wirklich äh also wenn ihr ihr kennt doch die staubigen Waden ne wenn die so weiß sind weil die so trocken sind vergiss es hiermit sie sind weg ich hab die nicht mehr seitdem ich dieses Ding hab ciao ich hab keine trockenen Waden mehr richtig gut bestes danke Paulas Choice äh danke auch an Eucerin und zwar die Gude die richtig richtig gute 10% Urea Emulsion Intensiva so ähm das ist wisst ihr ja früher als meine Haut schon immer richtig schlimm war Eucerin war immer das geilste und äh die hatten damals so eine 10% Urea Lotion die war unfassbar schwer zu verreiben war dick dick aber die war geil die hat gut geholfen und die haben die jetzt äh so ein bisschen umformuliert und daraus ist eine leichtere Lotion geworden die einfach toll ist kein Geruch ähm wenn eure Haut trocken und juckig ist und es ihr nicht gut geht das geht ist bei meiner Haut leider häufiger mal so gerade warum auch immer sind meine Unterarme oft Problem problematisch ich weiß gar nicht warum also hier oben drauf hab ich oft echt Probleme mit der Haut und wirklich seit Jahren ein Evergreen und äh wird auch immer und immer und immer und immer wieder nachgekauft die hier ist jetzt leer das heißt äh das geile auch die gibt es halt auch in der Apotheke bei mir um die Ecke wisst ihr ich liebe das sowas mag ich ja und deshalb absolut tolles Produkt aber jetzt hab ich was Neues Neues entdeckt hab ich mitgenommen äh ich kann es gar nicht fassen wie geil das Ding ist La Roche-Posay Lipica Boom AP plus M dreifach wirksam Balsam Anti-Juckreiz Anti-Rückfall-Effekt beruhigt sofort wie gesagt ich brauch das halt ganz oft an den Unterarm und warum ist die so geil ne nicht wegen der Verpackung leider die pass mal auf die ist nicht nur geil vom Gefühl ja unheimlich lange pflegend fühlte sich an also viele von den Lotions bei mir ziehen halt auch ganz schnell weg weil ich ja sehr trockene Haut habe die sind dann gleich so weg und dann spürst du nichts mehr davon aber die ist ganz lange also nicht nicht dass die einen ätzenden Film hinterlässt und äh ich will euch nicht abschrecken sondern die ist ganz lange pflegend und könnt ihr bitte sehen ich weiß nicht ob ihr seht was die für ein Glow hinterlässt jetzt so im Vergleich zu der hier wo ich ja auch gerade eben Foundation Foundation was sage ich immer Foundation was aufgetragen habe sieht auch gut aus aber hier ich weiß nicht ob das hier jetzt rüberkommt ich habe einen Glow als hätte ich einen Glow Enhancer oder sowas drauf gemacht ich bin richtig baff ich weiß nicht ob die neu ist ich weiß nicht ob die neu ist ich dreh gleich durch ob die neu ist oder ich habe die nämlich bei Rossmann da stand nämlich meine Urea von von Dingens hier von Eucerin die stand da und ich dachte ah die hole ich mir mal und daneben stand die und ich so oh warte mal die nehmen sich nichts vom Preis die sind auch nicht billig ich glaube die kosten beide um die 20 Euro zwischen 20 und 25 Euro da habe ich aber gedacht ach nee probier mal La Roche-Posay ich mag auch hier schon wieder die Verpackung gerne ich mag ja gerade bei so Cremes die könnte man halt auch super mit in den Urlaub nehmen stelle ich mir auch gut vor wenn du nach dem Sonnenbad und so weil die ist auch nicht die ist auch nicht zu dick oder sowas sondern eher leicht würde ich sie auch nicht betiteln aber schön La Roche-Posay Lipikabon ich halte euch das nochmal hier hin ich versuche aber wie gesagt die Sachen als Link zu finden und euch unten rein zu schreiben aber die hat mich ja sowas von umgehauen die Verpackung nicht so die weiß ich nicht die hakelt so ein bisschen der Pumpkopf hakelt und dann geht er so ganz langsam hoch das hörst du noch so 10 Minuten später so wisst ihr vielleicht habe ich nur ein Montagsprodukt erwischt aber mega wirklich wirklich gut und mein Rare Beauty riecht hier immer noch so richtig schön vor sich hin das finde ich auch schön und man muss natürlich sagen wenn man sehr viel Parfums benutzt muss man auch gucken welche Body Lotion man jetzt mit welchem Parfum kombiniert und deshalb muss ich sagen meine unparfümierten Body Lotions sind bei mir am häufigsten getragen ne also die sind eigentlich immer auch abends ich creme ganz oft meine Abends nochmal meine Arme abends mit der Eucerine oder so ein oder jetzt auch mit der La Roche-Posay und das sind wirklich die Lotions die ich am häufigsten benutze die die kein Parfum haben weil ich meistens dann irgendeinen Parfum trage es sei denn ich weiß genau jetzt heute trage ich Baccarat oder heute trage ich dies das möchte ich damit kombinieren wenn ihr nochmal ein Video zu den geilsten Body Lotion Parfum Body Spray Kombinationen haben wollt dann mache ich mir darüber gerne mal Gedanken schreibt mir das unten mal rein und ich würde sagen das ist das Ende des Videos alter Schwede Body Lotion Sammlung sowas von schräg aber Leute erzählen mal habt ihr auch so viele Body Lotions oder was ist eure Lieblings Body Lotion vielleicht muss ich die ja testen lasst mich das mal wissen und ich würde mal sagen das hier ist das Ende des Videos Tschüssi